Oh, hallo, ich hab gar nicht gemerkt, dass ihr schon da seid. Ach Gott, ich bin der Allerdümmste. Das schneiden wir nicht rein. Doch. Hallo, herzlich willkommen, Knall hat durchgenommen, Folge. Durch, oder was? Tritt ihn bitte, hau ihm in der Lampe. Er kann nicht entkommen, weil er die Tür zugemacht hat. Ja, Knall hat durchgenommen. Was geht? Edmund Denzels. Dann macht es doch besser, macht doch euer eigenes Let's Play. Oh, oh, oh. Mir ist doch egal, mir ist doch egal. Holy moly, what the fuck was das denn? Ich hab gedrückt. So schieeeet. Ausnutzen. Kahn, Stuhl, Stuhl. Wir sind ein Team und ich liebe dich, aber das hat gerade wehgetan. Hör auf, mich zu loben, wenn ich in dem Bosskampf bin. Fick doch Bumsen. Ist eben nicht alles gut, wenn wir versagen, verdammt nochmal. Ich bin der fucking Held hier. Fick den Scheiß, du lauerst mich hier fucking voll. Weil dein Laber von der Seite plus 50 Damage gibt. Okay, jetzt wieder Tagzeichen gedrückt. Ja, okay, alles klar, enthackt er sich auf einmal. Oh ja, oh, oh yes. Lass mich doch nicht von so einem Harnepampel auf der Nase rumtanzen. Warum? Ich wollte an der, man, ich wollte wirklich an dem Ding vorbei. Holy shit. Er muss tot sein. Ich bin völlig deiner Meinung, all die Leute, die hier durchlaufen, sind schuld. Ja, geil, da hat er einen gemacht. Zack, Bum. Yo. Bin bereit. Superparty. Titz, 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 titz. Oh Gott, ich liebe ihn jetzt. Ja, ja. Ganz kurz. Komm, gut. Komm, gut. Und ihr habt keine Ahnung von fucking Daxos. Ey, falls ihr die letzte Folge verpasst habt, kein Problem, denn wir sind nicht vorangekommen. Nichts, gar nichts. Das geht nicht. Ich habe das Bett. Ohoho. Ohoho. Ich bin so dumm. Ich möchte das Ding jetzt aufessen und rauskacken. Wie jetzt? Nein. Nein. Ey, was ist denn hier los? Er macht dieselbe Scheiße immer. Er macht dieselbe Scheiße immer. Nein. Nein. Nein! Scheiße! Dora! Ja, nicht gut! Uff! Nein! 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 Das ist doch nicht der Wert! Nein! Ist das eine Spinne? Nein! 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 Ich will mich einrollen und nehme meine Mutter zurück. Kurz vor Ende haben sie es noch geschafft, mich zu brechen. Herzlich willkommen zu Simon und Nils. Ich wollte cool was machen, dann war ich tot. Labern und spielen ist halt auch nicht jedermanns Sache. Von den ganzen Sachen, die man an Micha besprechen kann, das ist sein Body, den du als erstes ansprichst. Eins, zwei, fünf, drei. Eins, zwei, fünf, so zählt mein Sohn auch. Die Leute fragen sich, warum bin ich immer grumpy? Weißt du warum? Weil ich habe so einen Scheiße-Filter. Nimm das Bett doch in die Hand, denn heute geht's ins Abenteuerland. Wir sprechen heute Monster und Dämonen. Wir werden sie sicherlich nicht grad schonen. Es gibt ein Hashtag, Hütte dann nach links. Du schiebst in diese Richtung zu. Guckt's euch an. Du schiebst in diese Richtung zu. Was ist das? Den Namen Essnich gibt's hundert. Sabine will Essnich. Ich könnte schwören, ich habe Maulwurf mit einer AK-47 gerade gesehen. Eine Runde noch. Ich bin nicht süchtig. Kannst mich alles gleichzeitig machen. Geht ins Haus. Dann macht eine Granate und dann den Luftschlag. Und dann durch das Rohr. Und dann in die Hütte und dann links. Dem Pinkeln wie jeden Tag in seinen Müsli. Ich sag's euch. Mobbing bei From Software. Wegen zu asozialen Bossen. Denn ich hab mir heute die Achilleszene gerissen. Das fängt an wie so ein dummer kleiner Drecksgegner, den du in zwei Sekunden erledigt hast, während du die Parallele einen runterholst und einen Burger isst. Guck mal. Wie alt bin ich? Sieben? Bei mir gibt's normales Yolo-Gameplay. Was ist denn mit dem Typen los? Die ganze Zeit gehst du so auch zur Post? Also Unfall im Tunnel. Oh Gott. Und sagt mir, pass auf, da ist meine Freundin. Wir suchen noch jemanden für einen Dreier. Und wir hätten gerne dich. Hättest du da Bock? Der hat den Ellbogen dabei hochgemacht. Den Kopf zur Seite. Damit er mit dem Finger sich die Scheiß... Liegt auch schon eine Weile rum. Muss ich dazu sagen. Das ist wahrscheinlich schon... Sorry, da mach ich nicht mehr. Achso. Oh, das ist... Oh, dann kommen wir jetzt zu unserem Thema... Ähm... Ähm... Zucker. Ich hab irgendwas krasses... Ah! Ey, schreck mich doch nicht so, Mann. Bist du bescheuert? Alter, immer diese Jumpscares. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und doch? Ja, doch! Ah! 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 Gute einfach! Ja! Ah!! Ah! 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 Buka! Ah, da war was. Oh, da war was. Hast du es richtig geklaut? Oh mein Gott! Richtig, 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 richtig übel. Mir ist richtig übel. Ich find das richtig eklisch. Ich kann's nicht machen, Nils. Ah, 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 ah! Ärmel. Ah, 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 ah! Oh, da ging mir aber der Kackstift. Keine Sorge, ich tu dir nix. Ah, Simon! Nein, ah! Ah, nein! Kissen. Ah, ich wollte da runtergehen mit der Faust in den Boden. Schön, schön und weiter, yeah! Kabautz, Alter! What? Zolli Schmauser. What? Was war das, Alter? Das hab ich aber im Leben noch nicht gesehen. Weil hier kommt der Dolch. Wird die Überheblichkeit in Eddie einholen oder wird es ein Sieg? Ah, 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 ah! Ah! Und heilen. You or him? I kill you! Ah, ah, ah! Zwei Schläge noch, sag ich. Zwei Weils hast du noch. Heilen. Oh, ist das knapp. Einschlagen oder zwei noch? Einen noch! Habe ich! Habe ich! Habe ich! Habe ich! Habe ich! Ja! Warte mal, du musst ihn doch ganz finishen, Mann! Ja! Finde ich ihn doch gleich! Nein! Pimmel! Gesicht! Nenn dich aus, mach nur deinen Ausdruck! Ich hätte ihn doch gehabt! Nein! Nein! Jetzt gewinnt er! Du es doch jetzt! Ja! 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 Nochmal! Nochmal! Was denn jetzt? Was denn jetzt? Ja, ja, ja! Das ist gut! Das ist gut! Sag das nicht! Ja! 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 Der Simon hat die Mission geschafft, wo wir vorher eine ganze Stunde dafür gebraucht haben! Was? 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 Ey, ich komm nicht in die Luft! Nichts! Nichts! Du bist gut! Du bist gut! Fick Alarm im Arsch, Zwerg! Fick Alarm im Arsch, Zwerg! Ja! Das ist nicht dein fucking ist! Das ist nicht dein fucking ist! What? Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha… Yaah! Es gibt ein Add-on? Nein! So wenig Bock, Dennis. Ohne Scheiße. So wenig Bock gerade auf alles. Ich hab auch keinen Bock mehr. Ah, du geiler Typ. Geh runter, Alter. Egal. Fickt euch. Ich geh jetzt nach Hause. Ich hab keinen Bock mehr. Ich hab keinen Bock mehr. Dein Spielziel macht mich wahnsinnig. Nein! 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 Das war ganz lustig. Nein! Und so was sagt... Nein! Das macht... Das macht... Und so spielt man dieses Spiel. Verdammt, wie denn? Wie denn? Wie denn? Wie denn? Du Spass! Du dummer Depp! Du Opfer! Bist doch eine vollgekackte Stück digitale Menschenhaut, ey. Weil die Scheißnachricht noch offen ist, Mann! Und gut, lass den Hass durch dich fließen! Ich bereiß jetzt die ganze Bude ab! Ja, was ist die Entfernung? Natürlich! Natürlich! Bist du nicht weich beknackt, du dumme Sau! Du dumme Sau! Du dumme Sau! Du dumme Sau! Ich muss etwas verbrüben! Ich muss etwas verbrüben! Du dumme Sau! Ja! Ja! Jetzt geht's auf die Fresse! Und zwar will die Waffe nicht werden! Ja! Scheißmaul über! Du Dreckschweiß! Du Dreckschweiß! Ja! Ja! Und die Scheiße läuft dir in den Rücken! Die Diss! Stopp! Ja! 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 Weiter! FICK DICH IN DEIN VERDAMMTEN KLEIN DRACHENARCH! Ah, endlich ist das vorbei! Soll ich dir jetzt geh' ich kacken?